Hallo liebe Freunde und Fans, ich wünsche euch ein gesegnetes, schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben, mit eurer Familie, mit viel, viel, viel Freude. Ich bin heute hier wieder in Mariazell und darf wieder ein Konzert geben in der schönen Basilika. Es ist herrlich hier, Winterlandschaft, Weihnachten wie ein Bilderbuch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Liebe und ich hoffe, wir sehen uns bei einem meiner Konzerte im nächsten Jahr. Aber das ist ja froh, Weihnachten. 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 Musik Applaus